Mehr Möglichkeiten bei Überweisungen und Lastschriften Über den Menüpunkt Überweisung gelangen Sie direkt in die Überweisungsmaske. Klicken Sie auf Auftragsart und Sie können nun eine Überweisung vornehmen oder einen Dauerauftrag einrichten. Den aktuellen Überweisungsauftrag können Sie wie gewohnt ganz einfach als Vorlage speichern. Hier können Sie auch die Terminierung einer Überweisung auf ein bestimmtes Datum vornehmen. Um Ihnen wertvolle Zeit zu sparen, wurde die Funktion Sammler bzw. Terminierte Sammler integriert. Hier können Sie mehrere Zahlungsaufträge zusammenfassen und mit einer einzigen TAN freigeben. Besonders einfach wird es durch den Import von Sammelauftragsdateien. Die praktische Sammlerfunktion finden Sie nun auch bei den Lastschriften. Auf dieser Seite können Sie auch ganz einfach einen Widerspruch von Lastschriften vornehmen. Damit Sie den Überblick behalten, werden ausstehende Aufträge in einer separaten Liste angezeigt. Hier finden Sie auch Ihre angelegten Terminüberweisungen. Viel Freude mit dem neuen Haspa Online Banking!